Hit Radio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, liegt das Smartphone laut Knigge im Restaurant eigentlich rechts oder links vom Teller? Wenn bei mir jemand zum Essen die Quäke auf den Tisch legt, mache ich das Fenster auf und teste den Flugmodus. Das iPhone wird heute jedenfalls 15 Jahre alt. Das wird sicher ein großes Happening. Zugegeben, ich bin mittlerweile auch schon so gelangweilt von meinem Handy. Ich hätte es vor einem Monat beinahe mal aus der Hand gelegt. Einmal die vier und kann ich bei Ihnen gerade mal mein iPhone aufladen? Momentchen mal bitte. Stefan, ich habe ja mein Handy zum Essen eingeladen und erst nach einer halben Stunde am Tisch gemerkt, dass mein Freund heimlich mitgekommen ist. Also 2021 war die erfolgreichste iPhone-App in Deutschland, nach Umsatz übrigens Tinder. Die beste Erfindung am iPhone ist ja für mich aber immer noch die Gesichtserkennung. Da muss ich mir das Passwort nicht mehr merken. Dabei bist du doch wie ein Passwort. So geheimnisvoll? Ne, dich kann man vergessen. Mach 3.152 Euro, sammeln Sie Galaxy-Punkte, haben Sie eine Xperia-Card oder sind Sie im Siri-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.